Herzlich Willkommen zurück, Leute, Rainbow Six Siege mit den üblichen Verdächtigen vom letzten Mal und auf der deutschen Map. Hallo und wir sind in Hamburg. Einen schönen Land. Kaputt, oder? Ja. Wie ist die Nationalhymne von Hamburg? Hamburg, du meine Stadt. Hamburg, du meine Stadt? Ja. Und wie geht das? Vor allen Dingen Nationalhymne. Oh, das war ja die Frage. Ja, natürlich weiß ich, dass das keine fucking Hymne hat. Aber was soll ich dir lustig haben? Nein, warum soll Hamburg eine Hymne haben? Eine Hymne, es gibt schon Landeshymnen, also Länderhymnen in den Sinne schon, aber halt keine Nationalhymne. Ja eben. Nationalhymne ist halt ein großes Land. Ja eben, aber soll ich dir lustig oder eine... Nee, du sollst das Dingern. Nee, du sollst das Dingern. Die Richtige. Ja, ich sag dich doch. Ja, ich hab doch... Sollen wir hier einen Dropper reinmachen? Ja, nein, Füße gehalten? Hamburg... Warum einen Dropper? Ähm, einen Durchgang. Hamburg... Ich mach da jetzt mal ein Loch rein, geht mal von der Wand weg, bitte. Kapuze weg da. Okay. Achso, du willst ein Loch machen, oder? Hat er ja gerade gesagt, ja. Ja. Sachse ist doch ein ekelhafter Mensch, Mann. Wir kommen hier, Doppeltür, also bei mir auf der Seite. Wo ist der? Doppeltür, da hinten. Achso. Wo ist du da hinten? Ein Schild down. Schön. Blitz oder Montagna? Äh, ich glaub ich hab das bessere Schild gedownt. Wir haben zwei. Holy fuck, die sind schon da, oder was? Haben, haben... Äh, wir haben hier aufgeschlagen. Ich will nicht mehr sagen, wie krass das gerade war. Oh, f***. Ja, hab ich gesagt, dort ist offen. Ja, ich war auch auf der Flucht noch von vorne. War noch im Schock. Ähm... Okay, hab hier nicht mehr viel Schütz. Du hast das Fenster auch aufgeschossen. Naja, aber... Oh, da ist einer. Aber der wollte ja gerade da eine Fuse-Ladung dranlegen. Fuse-Ladung drin, vom anderen Fenster, also sprich von der... Was ist denn das hier? Nord Coast. Na kurz, Finger, wie steht's nicht? Was war denn das? Was ist denn jetzt aufgegangen? Ich hab raus und eine Tür aufgemacht, da war aber keiner. Fuck, fuck, fuck. Ja, wir sind weit. Nein! Oh Gott, oh Gott. Okay, alles gut. Ich glaub, eins hat er noch, oder? Jupp. Hab'se, 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 hab'se. Puh, Ashdown. Lass ihn herkommen, Dalo. Aber hier muss noch irgendwo was sein. Ich hab hier Fußsprung. Auf der Seite könnte auf dem Dach sein, inzwischen. Ich glaube, hier trappt was, oder? Ja, ich hab' grad' sagen, Schild. Ja, beim Dalo ist der im Schild. Ja, unten. Treppe. Treppe ist ein Schild, es sieht aus wie Blitz. Dalo, rechts oben. Ja. Oh, Gou, der Gou, der Junge. Okay. Wie er an der Gou vorbeigekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben die den einfach auf den Boden geschossen. Nee, 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 die Gou stand noch. Also, ich hab' die vor den Blitz sozusagen gelegt, damit ich weiß, wenn er da vorbeigeht. Aber die hat er nicht ausgelöst. Weißt du, was ich mir manchmal denke? So, wenn wir in, in, äh, sagen wir, würden in Wirklichkeit in so eine Situation gesteckt werden, würden wir, klar, Waffenumgang ist anders, aber das taktische Denken, hätten wir das in Wirklichkeit auch so wie da? Der Vorteil wäre, dass ich das wesentlich bessere Aiming hätte und kein taktisches Denken brauche, da wären die easy. Die erste Waffe, da muss ich mich nicht... Hast du, hast du einmal im Leben schon richtig geschossen? Da muss ich mich nicht auf den schlechten Netcode verlassen, ja? Dann kann ich nämlich selber schießen. Ich meine, Dalo. Bei Dalo wahrscheinlich so nicht. Kein Problem, ey, selbst mit einem Nerfgun hätte ich ihm zwischen die Augen geschossen. Dann würde mein Bein, dann würde mein Bein nicht durch die Wand blitschen, ey. Wenn Dalo meine Bank fährt mit einer Nerfgun. Mit einer Nerfgun. So, guck mal, da sind schon welche Mad-Clan-mäßig, obwohl, das muss ein Fehler gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Alex hat doch eh wieder Chat an, der kann uns sagen, was los ist. Ich hab auch immer einen Chat. Sagt keiner, was wir sehen. Ich könnte jetzt No Dead schreiben. Was ist No Dead? No Dead. Nicht sagen, es läuft kaputt. So, dass er immer, dass noch nicht gestorben ist. Nein, nein, kaputt ist es auch, doch nicht. Ich muss uns in den Wochen, wenn du in unseren Videos nicht guckst, bist du selbst schuld. No Dead, kaputt ist es auch, No Dead. Warte mal, wer bin ich denn jetzt? Ich hab' ich gar nicht ausgewählt. No Dead bist du. Hab' ich dich ausgewählt? Ja, keine Ahnung. Ich hab' auch richtig schon. Hab' Pizza einfach gegessen. No Dead. So, wollen wir hier über die Leder oder was? Ja. Über die Leder. Über die Leder. Über's Leder. No Dead. Da ist ein Regen. Huuuuhu. Direkt vor mir. Da, dann auf die. Alex, schau mal, wo ich hinschaue. Wirkert nicht. Dahinten? Ah, die ist links weg, äh, der ist links weg. Ne, der sitzt wieder direkt vor mir. Die schöne Alex. Jupp, danke, hat mir die Tür geöffnet. Ich hab' 70 Punkte für die Dingens bekommen. Ich hab' viele Sachen kaputt. E, ja, U, Sörge. Ja, hast du. Ja, du, Herr Kilke. Ist es safe oder nicht? Safe, ist es safe, kaputze. Okay. Null. Woffel. Jetzt geht das wieder los. Woffel. Woffel. Vor mir, äh, hier wieder rum. Ich busch den, ich busch den, ich busch den. Ich steh' direkt vor mir. Hab' ich, hab' ich angesagt. Ja, dass er vor dir stand. Ja, stand da weiterhin vor mir. Ich busch doch nicht. Ich bin aufm Weg. Einer ist wohl Google auf. Das ist der Sachse. Aber jetzt bräuchte ich, oder? Ja, ich bin aufm Weg. Hopp, 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 easy. Denk an die Nase. Ja, ja. Ja, konnte ich ja grad nix machen. Ich zwickt. Wo ist denn hier Pickup? Geh vor. Warte schon. Haben? Ah. Sagst du, würdest du noch weiter vorgehen? Hab' nicht mehr lange. Hab' nur noch 8 HP. Ich versuch' zu blenden. Kann ich blenden? Kannst du nicht? Ne, merk' ich krass. Du brauchst die Bombe. Achso, hey, ich dachte, die hätte ich aufgenommen. Ich mach' Rotation Hold' nicht. Hab' nur noch 8 HP, wie gesagt. Muss reichen. Warum sag' ich bei mir, wo ich gepinkt hab? Haltet durch. Ne, was? Beschützt du mich? Ah, ich werde gelaufen. Der rennt jetzt zu dir, Sachse. Ich beschütze jetzt krass die Bombe. Der rennt jetzt zu dir, Sachse. Der rennt jetzt zu dir, Sachse. Die Bombe ist safe. Ja, wir freuen. Sag mir der Defuse? Na ja. Okay. Sehen wir nicht. Sonst sind nicht einfach. Are you fucking kidding me? Hm. Hat gut funktioniert. Er hat aber nicht mehr viel, Dalo. Ein Schuss und der ist weg. Er hatte ja noch nicht den Fuse. Achso. Ich dachte, du wärst die ganze Zeit noch mehr, Alter. Ne, ich bin nach draußen gerannt und hab meine letzte Fuse-Slide noch an das Fenster gehängt. Dalo, hast du noch gesehen? Von meinem Spot oder nicht? Nö. Okay. Ich wollte wissen, ob das bleibt, wenn ich sterbe. Ich glaube schon, aber ich hatte da nicht drauf geachtet. Ich hatte die Bombe im Blick so kurz geguckt, ob er defused und sonst wär ich wieder abgehauen. No dead. Ne, das ist nicht richtig. Ich hab no dead. Das ist falsch. Es hört sich an wie keine Ahnung. Julie ließ bei TTT irgendwas komplett falsch vor. Kennt ihr diesen Nazi-Film im Schnee? Oh Gott, wie heißt denn der? Mit den Dinosauriern? Ne, 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 mit dem Nazi-Gold und den Zombies. Ach ja, irgendwie sowas. Was war da? Ja, im Originalen heißt der ja Dot Snow. D-O-D. Das ist ein spätischer Film, ja. Dot Snow. Und dann kommt das noch dead. Ne. Was war? Warum erzählst du mir dann die Scheisse? Ne, einfach so. Ne, da. Ist falsch Kapuze. Das ist ein Quatsch im Kopf. Quatsch, Kopf. Du Gott. Da ist der Dronenjäger. Was? Machst du wieder eine Höhle? Ach, ne Töle? Ne Höhle. Ne Loch. Ne Töle. Ne Loch. Ne Höhle. Warum soll die ne Höhle machen? Ja, das muss man rotieren können. Du bist ein Affe. 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 Verhalten mal. Keine Höhle. Alles klar. Ne Töle. Ne Töle. Ne Töle ist wieder was anderes. Ne Töle sind die schlimmsten. Ne Töle sind die schlimmsten. Snow Dot. Daher kommt das nicht. Das ist ganz anderes. Wir sind Baustelle gespawnt. Gucken ein bisschen in die Ferne. Was ist da so? Achtung Fenster. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Seriously. War das nicht dein Spot gerade? Ne, ihr habt das Fenster dahinter. Daneben. Warum ist der Dropper auf? Conan, was ist passiert? Der ist reingekommen, hat Kapuze erschossen und dann habe ich ihn gekillt. Danke. Das war... Äh... Ja Fenster und Rauch. Warum das Ding kann ich eigentlich mal aufmachen? Ja, Schild ist weg. Ist gedowned, ist down. Draußen am Fenster dürfte aber noch einer sein. Ja, ist noch einer. Alter, mir juckt der Rüssel. Was? Wollte ich nicht wissen. Knase, du Klapser. Wow, 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 wow. Wir sind hier so drin, irgendwie. Wegen der Höhle. Alter. Ein Wahnsatz-Slam, ja. Das ist irgendwie ein Problem. Alex. Ich heil mich, da braucht jemand Heilung. Braucht Alex Heilung. Ja, aber... Ja, wo bist du? Ja, na, wir haben keine Höhle, also kann ich jetzt auch nicht zu dir rüber. Conan, was ist denn mit dir los? Ja, ich bin full flicht. Ja genau, renn weg, wenn ich dich heilen will. Du bist du ein Klapser hoch 19, Alter. Ich muss dir jemandem helfen. Hi mich, sagste. Kann grad nicht, ich häng hier grad alleine fest. Meine Fresser. Oh, guck mal, ich hab No Dead. Der Rüssel, ey. Das heißt, dass du keinmal gestorben bist. Ne, 600 ist die Nummer von No Dead. Nicht juchter Rüssel. So, eine schöne Runde. Ich stell dir mal vor, du sagst... Rainbow Six. So, machen wir vorbei, lass den Like, dann bis er immer es gut schaut. Tschüss. Tschüss.